Und du kommen! Ich laufe! Ich da! Feuerblau! Steingraus! Und Gras viel! Und Rüsselein! Du Boku! Da fällt mir eigentlich auf noch ein Mammut-Rüsse aus der Hände! Nein, das ist doch nicht! Kühlwind! Lauf! Lauf, kleines Mammut! Durch einen entsetzlichen Zauber wurde er geschrumpft, aber seine Organe sind gleich graus geblieben! Seine Ohren und seine Rüsse sind gleich groß geblieben! Was ein geiler Zauber, ey! Verkleinerst jemanden, also die Organe bleiben gleich groß! Also wie von Menschen! Reite, reite! Fällt leider der Löwengarde, da wurde ich vorhin schon mal rausgejagt! Ja, direkt wieder rein! Ihr seid doch der von eben, das kann nicht sein! Ich war hier doch nie! Nein! 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 Nix! Nix! Mann von... Nix von Ebeln! Nein! Mann von Ebeln! Ich... Nein! Nein! Nix! Nein! 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 Ihr habt euch auch einen Bart angeklebt! Nein! Nein! Ist nix geklebt! Nein! Nix! Das ist echte Bart! Ah! So lang! Viel... Viel... So, es geht hier! Rettet Patrouille! Nix! Toll! Da! 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 Oh, mein! Kann ich direkt noch mal, ey! Ja, Külwin! Tröte sie! Zerderben! Oh! Ich habe ein Gemälde einer Brücke! Komm! Ich will da mal kurz reinschauen! Lass mich da mal kurz reinschauen! Ist hier was? Vielleicht oben! Ich guck mal oben! Hallo! 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 Ist sie nicht hier? Nicht hier! Doch! Ein Buch ist hier! Ein Buch! Buchen! Boch! 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 Ah, Buchlesen! Gut! Äh... Patrouille retten! Da! Böse! Böse Mann! Ah, gerettet. Gut. Geld. Geld. Du gibst Geld. Du gibst Geld. Du gibst Geld. Du gibst Geld wie gerettet. Geld. Völlig Banane, ey. Du gibst Geld. Du gibst Hose. Nein, du gibst du, gell, Hose. Nein, nix. Hut. Gib'n Hut. Da hältst nix mehr, oder bin ich blöd? Da ist Nase. Gehen wir zur Nase. Die Quest ist auch für hier drin. Äh, wo du bist, da. Da. Ich bin bei Nase. Siehst du Nase? Nase sitzt am Feuer. Ja, Nase. Nase. Na, hüpf. 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 Du, da. Du, Geld. Du, Geld. Du, Geld. ich kenne die anderen du geben geld geld und schon aus zwei kilometern jetzt geld jetzt wie geholfen geld jeder weg wer wer weg wer ich habe die toten soldaten geschändet wie ihr befreundet jetzt du gehst uns wie weg du kein geld da bleibe ich bei mir bis geld bis geld wir leben an geld bekommst du denn hier oder muss ja auch eine treufe und fünf die leute sagen holzer kennengelernt eine patrouille und eine weihung oder leuchtet leuchtemann leuchtemann lang lang hell zurück zur nase jetzt geld nase gibt geld nase geld du kein geld dort dort ja 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 ich habe mich übertrieben ja wieso der ist weg der ist nicht hier hat sich gedrückt kein geld geld nase mann geld nase mann warte mal ist das da hinten da hinten war noch ein boss boss, 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 boss boss, boss boss, 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 boss da hinten da geht geld ich leidensfeuerinsel insel 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 oh oh ich lebe noch alles gut dann müsste ich mal schild und so und du musst dann halt schaden machen schaden wie kann man zu denn jedes bei den einstellungen so einstellen dass die gegner die punkte siehst und das spiel da oder ob es ist ja du siehst so wie viele punkte gegner hat also ja wo ist denn hier einstellungen nein das ist auslöcke ich bin gleich also spielwelt gefunden hatte unter spielwelt ja ich dachte du wärst eben schon drauf gewesen also kampf ressourcenanzeige zahlen und prozent also kampf ressourcenanzeige zahlen und prozent oder zahlen und prozent ist irgendwie das dritte von oben bei kampf was machst du mit deiner hand in deine gesicht kampf benutzer definiert kampf dann zu zählen 123 zahlen und prozent wo mich die farbe form verbindet warte kam einstellungen kampf einstellungen ach da unten oh gott ja jetzt anzeige ist ja ja das ist ja ja das ist ja nicht so weit runter ja jetzt hast du das ja sehr gut ah das muss ja sehr gut so die belangen hallo hallo guter mann so knochen mann achtung knochen mann du nicht laufen weg und ich glaube nicht laufen weg ich muss fangen waren mit knochen ich kann nicht ich kann nicht ich glaube ich müsste es noch mal weg laufen ich bin auch nicht tot ich glaube du musst das weg laufen 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 habe laufen lang wie nix reis weg weg sind wir noch im kampf ja laufen auf ein ja kampf kampf noch gut gut kampf auf ein immer noch ein scheiß kampf ja der scheiß auf wenn zur strafe habe ich jetzt das mal holz auf ein lang was ist denn das warum sind wir noch im kampf oder ist es um die ecke ja ich weiß was das problem war okay wir können wieder diesmal funktioniert versprochen der traube hier so funktioniert ich nicht dort ich nicht dort du heilen jetzt gut gut heilen nicht spielend fangen mit skelette mann oh gott zu wenig wir laufen weg laufen 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 weg laufen weg oh gott oh nein nein nix nix strahlen den po klar mann nein du spinne du tot ja ok das können wir vergessen das wird nix meine fresse ich reißen du folgen du folgen jetzt los folgen jetzt ich nicht sehen alles blau muss hier wieder die scheiße ändern scheiße gut nein scheiße nicht gut mir wurde gerade eine neue nachricht angezeigt aber ich habe keine neue nachricht ach so posteingang ist voll so ich da ach so ok wenn du champions punkte champion punkte freischaltest dann bekommst du nach und nach die solche rüstungen also kostüme und jetzt ich reißen wieder zu dir lang reißen lang gut da oh man gleich die polizei vor der tür steht weiß ich warum das war der franzhaus in der italiener ist da wirklich schön ist ach ja zu mafia na nix mafia du nicht gehen du tot diese blitze waren schon da ja mit blitze da oben in dem zelt lag noch einen Brief ja der ist gut guter Brief gut na in dem nein ich bin mir naja guter Brief gut 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 du lässt ein Angebot von fremde Bar ja du tot du nicht sagst du tot du nicht sagst du tot du nö du nicht sagst du tot du das ist tot tot duれない balko wir haben etwas wichtiges zu besprechen aber nicht hier bleibt nicht am weg schreien beim feldlager der löwen gar nicht hier nicht mit diesen weggenlosen nein du nichts reden hier hier möchtest du spitze stücke haben das ist wieder so und so eine scheinwahl scheinwahl böse doof du scheinwahl du tot nein nix zombie zombie man tot du tot du tot ist ein tagebuch gut jetzt soll man wieder darüber rennen oder was mal links und rechts ein leben lang das rauchen vermieden und jetzt höre ich mich so an ja du rauchen du tot du nicht rauchen wir auch irgendetwas tot ich bin einfach mal reingeraten keine ahnung was sie von mir wollten ich treffe so ungern neue leute wenn ich du tot ich muss mich ich springe ich habe nichts verstanden ja und ich verschlage zombie tote zombie tote gut wird wird städte wird wird städte ich habe gewürzen stopp 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 nicht 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 da runter nix gut du tot du runter du tot oh fuck ich habe es überlebt alles gut ich weiß nicht ob die ganze aufregung kommen soll ich bin ingwer gut ingwer gut du nicht klauen ingwer du tot du stehen du tot du gewürzstädte frau gewürzstädte du tot das macht die er hätte dort du nix nein nein geschafft nicht licht machen das stimmt da nicht weil ich mit mich nicht nicht zu reden du liege am boden du dort ich gewonnen dort ich nehm mose ist nebenherz kauft irgendwo da ist eine kiste irgendwo wirkenfroststab des schocks in blau ich bekomme schon wieder ein stab und ich bin neidisch auf meine stabsagen siehe ich habe birke 1 aber das feuerfrost letzt jeweils hier ist ein dolmen unter mir wo du wie ist daher jeder ich bin hier da ich glaube da du nicht sehe dich hier ich da oh dolmen hallo da ja du hast kaputt gemacht du tod so nix dolmen kaputt wie viele champions punkte gibt es 800 ich war so dass